Akumuli ist das letzte Dorf der Provinz Riti und liegt an der Konsularstraße Salaria, die Rom und Asculi Piceno verbindet. Sie erstreckt sich über ein Berggebiet von fast 87 Quadratkilometern und liegt etwa eine Autostunde von Riti und eine halbe Stunde von Asculi Piceno entfernt. Akumuli war das Epizentrum des verheerenden Erdbebens, das am 24. August 2016 auch die Nachbarstädte Amatrice und Aquata del Tronto erschütterte und das gesamte Gebiet zerstörte. Heute sind die antike Stadt Akumuli, ihre Kirchen und Adelspaläste nur noch Trümmerhaufen, deren Wiederaufbau dank bedeutender Beiträge der italienischen und internationalen Universitäts- und Wissenschaftsgemeinschaft der komplexen Staatsmaschinerie anvertraut wurde. Der gut gesicherte Bürgerturm sticht immer noch hervor, aber von dem Dorf sind nur noch sehr wenige Überreste übrig geblieben. Das im Herzen des Apennins gelegene Gebiet umfasst mehrere Standorte für die Erhaltung der Artenvielfalt.